hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video alles jetzt sind auf der karte sevelli to the old farm mit dem schweizer so genau wir sind in der letzten folge fertig geworden mit pflügen und erst einmal mit zehn beschäftigt wir fahren erstmal kurz zum hof und sammeln die restliche ballen und verkaufen die am besten ohne bergungsmission kein problem ja es leckt in ein bisschen dann kannst du den gerade zurückgeben das ding ja jetzt gerade im shop sollte ich das sagen solche sagen das ding heißt fsx 63 punkt 72 ich war nicht im shop aus dem kopf jungen schaust immer ein video was das angestellt war schreif wieder gemacht nein ich habe schon ich habe angesehnt wo ich schon angesehnt gewesen das heißt das sind bei mir beim fliegen passieren aber mir ist angeschlossen passieren naja doppelt gemobbelt hält besser vielleicht wechselt doppelt so viel ertrag schauen ja ja auf jeden fall jungen ist das dunkel aus heiliger abend also wieder zu viert natürlich hoffentlich das ist jetzt mit dem ohr schiene krampf oder was jetzt ist gut man bin so durch ist auch weil du kannst dich nur noch ins bett liegen naja ja ich muss eigentlich noch sämtliche sämtmelder noch machen aber ich bin so durch jungen für heute ist ganz so knicken ich mach die fang nicht heute kannst du ja um 8 uhr kommt das video und denkst du stehe um 7 uhr auflegen diesen bild dazu machen so was für morgen von dir ja guten tag kannst du jetzt mit dem gta 5 multiplayer spielen immer noch nicht wenn ich auch dabei gewesen ich habe es kaputt gemacht es geht ohne scheiß nicht mehr dann werfst du sie runter und platz sie neu runter ich will sie es ab geht ja auch für na nein die ganze spiele verloren die bleiben ernsthaft die bleiben ach probier ich irgendwann mal aus ich bin ich brauche jetzt schlaf heute und in multipla wenn gehst du online bei gta 5 ja dann ist es ganz was anders junge dann hast du dein spiel stand nicht mehr ja weiß es ist kein gta 5 ja das sieht mir jetzt gerade anders aus ich hab's länger wie du vielleicht sogar das gta 5 gekauft wo ist rausgekommen war auf der konsole aber ich habe es gehabt ich habe es auch auf der konsole aber jetzt könnte ich mein pc nie mehr wieder verlassen das ist auch weg wieso lecken das gerade im moment so wo 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 Auf 5 lasse ich es nur noch laufen Ich habe ein bisschen die Hockies geämmt Weißt du und ich habe es gerade gesagt im Ostrand das sollte sie auch dahin verlegen Wieso? Das hast du gar nicht erzählt Jetzt hat er es auch gemacht, weißt du? Für mich hinten nachmachen Ich habe es gar nicht geändert, Junge, du laberst schon Er hat es jetzt auch auf F9 und F10 Er hat nicht hinten nachmachen Nein, habe ich gar nicht Er hat nicht gewusst, wo Junge, der labert doch keinen Müll, Alter Ganz ehrlich Ich habe schon immer auf F10 liegen Gehe ich auf N und Auf N Nee, auf N Es gibt ja noch 6 Knöpfe auf der Tastatur Über Der Pfeiltaste von W und S und so Ja Auf der rechten Seite von W und S und O Ja, zweimal W, S, U und O Auf der rechten, der rechten Seite oben gibt es ja 6 Knöpfe Ja Da habe ich es verlegt Boah Das ist der größte Mist Tja Ich habe es ja auch gemacht, weil du auch Mist bist Ja, nein, nein Ich Mist Okay Dein Kopf Ha Das machen wir mal Aber Biss hat da was mit F10 anziehen oder eher nicht mehr Glaube ich schaff das Ich habe jetzt gleich das ganze Feld angesät mit einer scheiß 3 Meter Saatmaschine Ich habe das ganze Feld gefügt mit einer 2 Meter Breite Ja Weißt du, wo liegt der Unterschied? Da gibt es keinen Unterschied 120 PS und zwischen 165 PS Wo ist der Unterschied? Ja Wow Und Aber du hast 1 Meter mehr Das sieht immer so viel aus Bleib stecken am Berg Du könntest, äh Du könntest, äh Äh Nein, machst du nicht Wie heißt das? Hm Dreck Dünge 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 Ja, soll ich die Ballen sammeln oder? Ach komm, Junge Äh, nee Nimm lieber die Ballen zusammen Ja, mach schon wieder Zeit Ja, mach schon wieder Zeit Das wir mal endlich aus dem Minus rauskommen, Alter Vor, wenn die kommen und dann einen Herzinfarkt bekommen, weil die, äh Weil die sehen, dass wir ein Minus sind, nicht immer Ja, wir haben auch nur 7000 gehabt, also Uwe Dünge Der Dolz gibt ja auch glad Gibt auch glad Au Mit vier kMH Äh, mit sechs kMH Junge, es soll mal Gas geben, es sind nur noch 16 Ballen, Junge, es soll sich da so anstellen. Ja, da weht noch was von dem Ansehen. Heute werden wir noch fertig. Ja, da ist auch übrigens viele Lücken gelassen. In dem anderen Feld auch hier, bei Feld 60. Ja, da war es ein bisschen komisch. Vielleicht ist es außer einer Darstellung. Also, ne Leute, also wisst ihr was? Zu dem G920 nochmal zurückzukommen. Es ist ein Lenkrad, wo brauchst du für den PC eigentlich nur das Logitech Software-Ding. Und da kannst du dich jetzt runterladen und kannst du loszocken. Ich kenne Lenkrader. Lenkräder. 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 Wo, wo? Denkräder. Lenkräder. Denkräder. brought toり minha. Denkräder. Engkräder. Der Larmente. Wenn ich da nicht wieder. Das ist der größte Mist. Sinn. Also, es geht nicht von Gigabyte. 6 Fol tactic. Jetzt geht es 700. da hoch und das 57 57 gibt schon mit 2 nicht mal mit 1,5 gibt es ja jetzt haltet euch fest okay ich halte mich fest am tisch oder mal stuhl meine ist eine 580 ab hat hat drei gigabyte und ich habe mir da ein sohn 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 ja man darf jetzt überholen so ein lenkrad gekauft für nebenbei weil ich dachte mein g920 hat so lange verspätigung und das gar nicht mehr habe ich mir gedacht kommt kaufe ich mir eins nebenbei habe ich das ferrari 458 leider gekauft es war für lütte 120 franken eigentlich nicht viel ich mir gekauft und stecke es ein will ausspielen mindestens siebenhunderter oder nicht mindestens siebenhunderter dann war ich verblüfft als ob dieser scheiß kolli hat also willst du nicht kennen sitzt der prank die kein geldunterschied das auch nicht gesehen jetzt sollen du was 7.000 lachhaft hast du alle gebraucht ja 16 stück waren es 16 ja 16 wollen sind es noch mehr hat es noch mehr ein dreck sieht ja schön aus was warst du was machst du gib den einfach zurück na es sind es sind ja noch wollen lass den runter ich fahr drauf und da fahr ein bisschen an einer klippe gar nicht drauf nee nee warum nee ich muss selber fahren nee du kannst du selber fahren aber na du musst selber fahren nee komm jetzt süß alter mann fress mal den staub das ist schon nachgewachsen das ist schon nachgewachsen boah gott alter ganz sicher ja fahr da hier in den kram dann kann ich drauf fahren na klar doch tschüss wir brauchen wie fährst du hier hoch äh ich keine ahnung ich bin jetzt schon vorbei wer volle 332 Nein, ich will nicht spülen, danke der Nachfrage. So, eigentlich nur noch auf dem Hof und dann sind wir fertig für heute. Also, ja, waren ja nur 15 Folgen. Ich glaube, wir haben uns das einfacher vorgestellt, wie es war, gell? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wir fährt nur über dieses Feld. Er ist ente am Hof. Er ist schnell am Hof. Ja, also nicht realist, was du fährst. Oh, wo muss ich dann hin? Hier. Ich glaube, ich bin vollkommen richtig. Nicht, ich glaube, ich bin richtig. Ich hab Fliegebereifung drauf, geht so. Darf überfällt er. Na klar. So, nächste Ballen. Danke, wir sind fertig. Jo, okay, warte mal, lass uns äh... Boah, bisschen. Wo ist das Schweizer? Hier. Das Mann trakt euch drauf, das. Okay, aber... Weil die Werte an... Werte moderiert ist, gell? Ja. Okay, ich sag aber, das war's mit den Folgen. Äh, mit der Folge. Äh, ja, schon auf jeden Fall bei einem guten, netten Schweizer vorbei, oder bei den An-Vieren. Es sind alle in der Infobox natürlich verlinkt. Und dann... Lasst mir dann... Ich weiß dann gerne ein Däumchen und einen Kommentar da. Und ja, wir sind zur nächsten Folge mit allen Vieren, hoffentlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.